ok moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft underwater warum jetzt doch noch eine folge machen kann ich euch sagen wir sind hier gerade auf der suche nach solchen invest und ich sehe gerade in diesem zauber biome hier sind dann schon wo bist du gott komm mal hier 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 war sich hier ich mache feuer hier komm mal mit hier ist ein dann schon aus der dungeon mod da das ist aus der dann schon das sind overworld dungeons wollen wir da reingehen nein das ist nicht von einer ganzen dort das ist von der dungeon mod dass das ist nicht von einer ganzen mod das ist nämlich von der axel kraft mod meint ja das habe ich gesehen im buch das steht im buch dort ja gut das könnte halt auch sein weil das sieht halt nur seine zauberkräfte die sind im mutter gegen ja deswegen und ein herz wo bist du ja okay tatsache die sind im mutter du kannst schaden machen aber ich nicht aber mein mein schwert ist effektiv okay dann nehmen wir das zurück dann das ist doch nicht von der dungeon mod aber das ist von der abysi kraft mod und das ist ein dungeon tatsächlich ist mein eis dagegen komplett schwach da ich kann ja aus dem herrn kann schaden machen aber ich nicht aber meinst du auch nicht so viel wie viele sind das die viecher sind übelst eklig aus so spinnen irgendwie so mein schwert ist dagegen ist effektiv oh nein ich bin tot bin fast tot sie ist zurück also sie können auch von der ferne werfen ich finde es richtig praktisch dass ich heilung habe hier okay ich bin tot wie viel sind das von den sporn immer neu das kann halt sein ich bin schon wieder fast tot sie ist zurück oh ja oh ja oh ja heimlich heimlich hier ist irgendwie so das ist wirklich so eine kuffe alter aber ja die schießen auch mit seiner kuffe was wenn man da reingeht was zurückziehen ach weißt was es ist es glaube ich die dinger die die wir auch beim altar gefunden haben ich ziehe mich zurück ne da war ich mit doch ich will da rein aber dann müssen wir irgendwie von oben rein bauen hier muss das borner sein nein hilfe 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 bist du da ist irgend so ein sind so ein ding drin weil es tut legen die sind immun gegen pfeile warte ich halte ich mein schwert ist eigentlich ziemlich mit das einzige was effektiv dagegen ist habe ich jedenfalls das gefühl also ich bin raus hier noch steht aber schon aber da ist so was das kann man nicht abbauen das ist übelst und übelst komisches was ist das was ist gerade irgendwas gespawnt siehst du das ja da oben ist da oben ist genau dasselbe ding drauf wieder in ich bin raus das war's leute gute nacht ich hoffe euch hat die folge gefallen ich weiß nicht was ich gehe jetzt mein indus suchen ich habe es mit dieser sache nein mein viech mein viech was eine nialatotep statu was zur helle geht weg ihr komischen viecher ja und wir haben eine starke ich habe jetzt eine statu nein ich habe meinen drachen ich habe meinen drachen geschlagen ich habe meinen drachen geschlagen ja haut rein leute bis zur nächsten folge wenn es wieder heißt mein gehöf an dem water und ciao 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 Outro Outro